Ich habe leider den Ton ausgemacht, weil ich ihn manchmal nicht mag. Und wir spielen heute am 16. Ein Spiel und vielleicht wird eure Karte dabei sein. Wir nehmen den Leon aus und spielen Brawl Ball. Okay, ich bewerte die Karten. Okay, das war gerade irgendwie ehrenlos von den Gegnern. Okay, Tor. Und wir haben gewonnen. Ich bewerte mal die Karte ganz kurz. Ja, die war ganz gut. Ich sage mal, ich stelle ein Like. Einen Daumen nach oben. Wir spielen, glaube ich, 10 Karten, die jemand gemacht hat. Der erste Karte hätte ich neun, nee, acht von zehn Punkten gegeben. Die ist auch ganz spannend. Ähm, ich bin tot. Ich habe gerade was Schlechtes gemacht. Nein, mach den Ball schnell weg. Ich nehme den Ball weg. Puh, danke. Wir hatten irgendwie einen guten Mitspieler gehabt. Der Dynamics ist zu OP, glaube ich. Wir haben irgendwelchen Lukas, der mit uns spielt. Okay, ein Tor, danke. Okay. Okay. Wir haben Glück gehabt. So. Wir haben schon zwei Runden gespielt. Die Karte war eigentlich gut, aber ich drücke irgendwie immer Dislike. Manchmal. Aus Versehen, obwohl ich die Karte ganz gut finde. Drücke ich immer Dislike. Jetzt ist diese Bieder, die alle immer nervt. Die größte Nervensege der Welt. Die bied die größte Nervensege der Welt. Nee, El Primo, El Primo, nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Kommst du hier durch? Ach, scheiße. Ah, er wollte es noch retten, dieser Mustafa. Er wollte es noch retten. Hat aber gar nicht geklappt. Ach, nee. Ach, nee. Ach, nee. Wo macht der einfach? Wir haben gar kein Glück gerade. Nein, wir haben verloren. Wir können nichts machen. Ja, 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 danke, danke. Du hast Ehre gemacht. Der hat auf Ehre gemacht. Ja, auf Ehre. Auf Ehre machen wir noch ein Tor. So. Und ich zeige noch, wie ich die Boxen öffne. Gadget, danke. Wir haben den neuen Gadget geholt. Gucken wir mal wieder aus, was der macht. Nee. Ich zeige es euch im nächsten Video. Aber jetzt spielen wir es noch zu Ende. Nee, wir machen lieber fünf Runden. Wir haben schon drei Runden gespielt. Nein, wir haben gar kein Glück gehabt. Scheiße, scheiße, meise. Oh, auf Ehre, auf Ehre, auf Ehre. Er macht's auf Ehre. Nein. Du, du, noob. Du, noob. Scheiße, meise. Wir haben jetzt verloren. Okay. Jetzt öffnen wir aber die nächste Box. Wir haben schon drei Runden gespielt. Jetzt spielen wir die letzte Runde. Eigentlich haben mir alle Karten gut gefallen, aber eine war zehn von zehn, aber das war die letzte. Ich glaube, das war die letzte. Zehn von zehn. Nein, ich habe ein bisschen etwas Schlechtes gemacht. Ach, ich dachte, ich habe den Ball. Ich habe gerade was Dumus gemacht. Das ist ganz richtig Dumus. Ich denke nicht. Ich glaube nicht. Schlechtes Zeichen, die man nie zeigen darf. Ja, danke schön. Und Tor, obwohl ich nichts machen sollte. Schön. Die sind ganz jetzt gefährlich. Ja, danke. Danke, wir haben gewonnen. Und tschüss. Tschüss. Schreibt ein Like und abonniert bitte meinen Kanal.